Ich habe das Gefühl, meine Helden wollen dieses Mal gar nichts machen. Da kommt ein Bär, weil wieder ein Hellbier. Ja, wo ist das Tempel jetzt? Mist, auf die habe ich vergessen. Ich glaube, wenn es nach diesem Versuch wieder nicht klappt, dann mache ich mal die letzte andere Mission, die uns noch offen bleibt. Ich habe da nicht Lust, bei dieser Mission zu cheaten. Muss ich euch echt ehrlich zugeben. Einfach überlegt mal, wie lange wir schon an dieser Mission sitzen. Sovereign, Abderazak. Cheers for Mavis. I serve with pleasure. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Genau, tötet die Goblins. Your Majesty, a new building is complete. Abdera- Tax collector. In the name of the Sovereign. Sovereign, your Marketplace now serves you better. Das lässt du dich töten. Naja, 266 geht noch. In the name of the Sovereign. Tax collector. Kommt, ich brauche Geld. Mehr Geld, your Majesty. Äh, ich habe Geld. Kommt, ich schmeiß dich raus. Ich brauche nämlich das Geld durch den Market Day. Sovereign, a building has been upgraded. Ich finde es lustig, dass sie dieses Mal noch gar keinen Bauer gefunden hat. Auf den sie eindreschen kann. Kommt, bringt das Geld ins Trocken, ne? Okay. More gold, your Majesty. Tax collector. Oh, hi. Grosso. In the name of the sovereign. Gold, your majesty. Wie ich tolle hasse. Your majesty. A new building is complete. Gold, your majesty. So, Ranger-Gilte. Wir müssen mal das Umlandmeer aufdecken. Da ist wieder ein Drache. Ja, ein Trading Post. Oh, und der erste Sparrow. Your majesty. A new building is complete. My soul blazes. Gold, your majesty. More gold, your majesty. Gold, your majesty. Gold, your majesty. In the name of the sovereign. Komm, jetzt machen wir erst mal ein Krypta-Tempel. Your majesty. A new building is complete. Dann einen dritten Marktplatz. Oh, den können wir schon bauen. Okay. 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 Toll, da ist ein Marktplatz zu nahe dran. Da ist ein Marktplatz zu nahe dran. Komm, deck da mal jemand auf, bitte. In the name of the sovereign. Majesty, the palace is complete. Your majesty. A new building is complete. Du kämpfst. Ich erlaube dir nicht, dass du wegläufst. Marktplatz ist im Eimer. Das wirft mich zu weit zurück. Nein. Nein. Ich probiere jetzt die andere Mission aus. Also hier. Balance of Twilight. Mal gucken. Oh, ist sogar ohne Text. Somehow, the Shrine of Light has been destroyed, causing its opposing shrine to grow greatly in power. The dreaded black phantoms have been drawn to the power of the Shrine of Darkness. And so long as they are permitted to feed up on it, they cannot be destroyed. It is stated, an ancient sage was entombed in this place long ago. If we can find his tomb and restore him to life, perhaps he will know how to restore this Shrine of Light. Once the balance between the two Shrine of Light has been restored, it should be possible to destroy the black phantoms and eliminate their presence here for good. Defend your kingdom from the black phantoms. Find the resting place of the ancient sage and restore him to life. Resanctify the Shrine of Light and destroy the black phantoms. So, wir bauen erstmal eine Wager-Skilde. Magic Bazaar. Sovran, your marketplace now serves you better. Majesty, the local blacksmith offers new services. Ja, wir brauchen die. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Sovran, your marketplace now serves you better. Majesty, the local blacksmith offers new services. More gold, your majesty. Wir brauchen schnell Zwerge gegen Black Phantoms, weil wir Ballista-Towers brauchen. Sovran, a building has been upgraded. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Your majesty, a new building is complete. Sovran, a new building has been upgraded. Majesty, the local blacksmith offers new services. Sovran, a new building. So, dann guckst ver. Und jetzt probiere durch das Gebiet um uns herum. Ich fühle sich revitalisiert. So. Ich baue bereits meinen zweiten Marktplatz hier oben hin. Als erstes bin ich Zwerge. Die Zwerggehende kommt nämlich direkt hier hin. Ich fühle mich. Aber der Warrior Gilde kann ich... Oh shit. Ich kann mein Castle nicht upgraden. Soverein, ein Gebäude hat sich upgradiert. Mehr Gold, your Majesty. Your Majesty, ein neues Gebäude ist complete. Das war vielleicht jetzt schon Fail. Weil ich weiß nicht, in wie viel Tag der ersten Fatone kommt. Das war jetzt ein riesen Fehler, den ich wahrscheinlich gemacht habe, indem ich schon den zweiten Marktplatz vor dem... Upgrade vom Castle gebaut habe. Goblins. Okay, ich glaube ich will start nochmal. Und pumpe auch nicht so schnell die Schmiede hoch. Ich pumpe sie grad mal auf Stufe 2. In der Winterfell ist ein neues Gebäude. Oh mein Gott. 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 So kann ich mir jetzt ansehen, was noch nicht verfügbar ist. Das hilft übrigens auch im Gemein, um ein bisschen mehr Übersicht zu kriegen, aber... Was macht eigentlich das Dwarven Settlement? Deine Majestät, unser neues Gebäude ist complete. So, jetzt holen wir uns... ...Ranger. Und ich glaube, bevor ich den zweiten Marktplatz baue, bringe ich den ersten lieber mal aufs nächste Level. Der? Der? Der?